Sie sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, die mehr als zweieinhalb Millionen Familien unternehmen. Und es gilt, sie immer mal wieder in den Fokus zu rücken. Die Bonner Akademie für Familienunternehmen Intes zeichnet jedes Jahr einen Firmeninhaber aus, der sein Geschäft besonders gut macht. Der diesjährige Preisträger sorgt seit Jahrzehnten für wohlige Wärme in unseren Wohnungen und Häusern. Martin Fissmann sorgt mit seinen Heizungsanlagen dafür, dass Millionen deutsche Haushalte stets gut klimatisiert sind. Zusammen mit seinem Sohn Maximilian macht der Manager sein Familienunternehmen im hessischen Allendorf Eder fit für die Zukunft. Denn Internetriesen wie Google wollen künftig auch in der Heizungsbranche mitmischen. Mit einer digitalen Strategie haben sich Vater und Sohn darauf vorbereitet. Martin Fissmann wurde deshalb auf Schloss Beensberg bei Köln von der Akademie Intes zum Familienunternehmer des Jahres gekürt. Wenn man die Digitalisierung nicht als solche anerkennt oder als solche nicht sieht, dann ist sie existenzbedrohend, weil die heutigen Geschäftsmodelle tiefschöpfend verändert werden. Den digitalen Wandel im Unternehmen will Martin Fissmann aber seinem Sohn überlassen. Ein wunderbarer Schritt. Wir leben ja in einer Generation, wo erstmalig nicht mehr die Jungen von den Alten lernen müssen, sondern die Alten von den Jungen lernen müssen. Und da kann man nichts Besseres tun, um der Digitalisierung wirksam zu begeben, die Jungen die eigenen Kinder ins Unternehmen zu holen und den eigenen klaren Auftrag zu geben, aber haben gleichzeitig die Nachfolge in unserem Unternehmen gelöst. Und wenn sein Sohn die Digitalisierung des Unternehmens meistert, hat Martin Fissmann wahrscheinlich den perfekten Nachfolger gefunden.